Hey, hallo allerseits. Ich bin Fando und ich spiele Gems of War. Wir befinden uns im Nexus. Das ist nämlich das Königreich dieser Woche. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Wochenvorschau an diesem Montag. Ich werde mal wieder die ganze Woche abklappern, was es da so für Events gibt und für Besonderheiten und fangen mal an, direkt auf Events zu gehen und zu schauen, was gibt es denn da. Es gibt eine neue Figur, wie fast immer, oder nein, eigentlich wie immer jeden Montag, eine neue epische Einheit diesmal, verfluchter Wasserspeier. Den gucken wir uns gleich an. Eine neue legendäre Einheit kommt ins Spiel. Die kann man ja nur aus den Event-Truhen ziehen. Das werde ich versuchen gleich und dann mal kurz gucken, ob sie denn was taugt. Turm der Verdammnis. Wir haben diesmal keine Kampagne. Also es ist ein bisschen entspannter. Wir müssen keine Aufgaben machen. Auf der anderen Seite, Turm der Verdammnis ist natürlich schon ein Event, was die Gilde zusammenspielen sollte. Mindestens bis Level 25 auf jeden Fall, denn alle Räume sind ja für alle Spieler in derselben Gilde zumindest gleich. Also kann man da ganz gut zusammenspielen. Dann haben wir immer noch die Mondfete am Werkeln. Da feiert man kräftig, auch schön auf Englisch. Und dann haben wir noch den Königreich-Pass. Der ist, glaube ich, klar. Na gut, also die neue Figur erstmal angucken. Dazu sollte ich allerdings ins Shop gehen und nicht auf Einheiten. Und dann wöchentliches Event. Verfluchter Wasserspeier. Was kann denn der? Der wandelt einen gewählten Mana-Edelstein, also nur einen einzigen Edelstein auf dem Spielfeld, in einen super Totenschädel um. Es gibt eine Einheit, wie heißt sie denn? Asiris, glaube ich. Muss ich direkt mal gucken. Die auch einen Edelstein umwandelt. Nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich glaube schon. Asi... Gibt's nicht? Achso, Moment, da ist noch was anderes drin. So, jetzt aber. Asiris. Verwandle einen gewählten Mana-Edelstein in einen Schädel. Genau. Und diese Figur klingt furchtbar, aber ist gar nicht so schlecht, weil es passiert durchaus auf dem Spielfeld immer mal, dass es sowas gibt wie Schädel, dann irgendeine Farbe, sagen wir gelb und dann noch ein Schädel. Und das kann man ja dann benutzen. Wenn man dieses Gelb in der Mitte quasi dann umwandelt in Totenschädel, hat man einen Dreier. Und vielleicht reicht das ja schon, einfach einen Dreier in Schädel zu haben. Man gibt zwar den Zug ab, aber man kann da auswählen, welcher Mana-Stein soll es denn sein. Und genau den richtigen wählen. Eventuell gibt es vielleicht sogar mal einen Vierer. Also ist gar nicht so schlecht. Gut, gehen wir mal wieder zurück in die Einheit. Natürlich, sonst passiert dann nicht viel. Also das ist das Einzige, der wandelt nur diesen einen Edelstein in super Totenschädel um. Bei den Eigenschaften. Erhalte ein Leben für jeden braunen Verbündeten. Erschaffe einen braunen Edelstein, wenn mein Zug beginnt. Okay, das ist auch vielleicht interessant. Ich kann mir vorstellen, so eine Einheit, das ist gar nicht so schlecht, weil man ja, wenn man an den Zug kommt, irgendwo plötzlich einen zusätzlichen Braunen hat. Und das kann genau dazu führen, dass man den Vierer kriegt oder nicht. Also das ist etwas, was natürlich per Zufallsprinzip, aber vielleicht ganz gut dann mal funktionieren kann. Und 50% reduzierten Schaden durch Schädel heißt, diese Figur kann man eigentlich auch ganz gut an Position einsetzen. Ja, also sie hat irgendwie so ein bisschen von allem was. Also das Umwandeln in einen Totenschädel gar nicht so schlecht. Dann erschaffe einen braunen Edelstein, könnte auch gar nicht so schlecht sein. 50% reduzierten Schaden ist auch gar nicht so schlecht. Alles in allem weiß ich nicht, wie ich diese Mischung groß einsetzen sollte. Ich glaube, ich würde natürlich für schnellere Teams oder so ganz andere Figuren verwenden. Aber, naja, immerhin Elementar und Konstrukt, es ist nicht völlig überflüssig und man kann es ja mal probieren. Ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren, wie das ist, letztendlich einen Schädel zu erzeugen. Ein Supertotenschädel ist natürlich dann auch deswegen interessant, weil drumherum beim Supertotenschädel, glaube ich, explodiert das auch noch. War das nicht so? Ich glaube ja, dass die auch noch drumherum explodieren. Also von daher kann man dadurch auch ein bisschen Mana sammeln. Also ich würde sagen, den sollte man mal spielen und mal ausprobieren. Der ist nicht so schlecht, wie es den Anschein hat, würde ich sagen. Also ich hole ihn mir sowieso. Einfach schon damit das Königreich, aus dem er kommt, nämlich Nexus, logischerweise, damit das wieder eine Figur mehr hat und aufstellen kann. Also deswegen werde ich den auf jeden Fall holen. Und ja, das Gold und die Ruhmschlüssel nehme ich ja auch gerne mit. Okay, das war das Erste bei den Events. Das Zweite ist die neue legendäre Einheit. Ja, probieren wir das doch gleich mal, oder? Das ist gleich das Zweite, was wir machen. Also, wenn ich die Truhen ausgebe, also Event-Truhen meine ich, also Event-Schlüssel, dann kriege ich nur Einheiten aus dem Nexus. Und da wollen wir doch erst mal gucken, ob die Einheiten aus dem Nexus dann auch irgendwie gut sind. Und ja, die haben viel Ähnlichkeit miteinander. Ich werde mal kurz ordnen. Basis-Seltenheit, alle Anzeigen und Königreich natürlich noch. N wie Gustav, da. Okay, es gibt zwei mythische Figuren, die beide nicht besonders wertvoll sind. Aquaria und Kalika. Die sind irgendwie okay, man kann auch mit ihnen spielen, aber ja, nicht so überragend. Dann eine Einheit, die man hier nicht kriegen kann, weil es eine Tarotkarte ist. Die kann man eigentlich nur aus der Schatzkammer bekommen als Belohnung. Ja, und dann müssen wir mal weiter gucken. Was gibt es denn noch? Tja, im Nexus sind ganz viele Figuren, die so Farben umwandeln und so. Oder am Anfang des Zuges erzeugen. Wandle fünf grüne Edelsteine in braune Riesen-Edelsteine um. Dann der naturgeborene Jäger zum Beispiel, er schafft einen grünen Edelstein, wenn der Zug beginnt. Hier ist es glaube ich ein blauer Edelstein und so. Sowas ist da drin. Kann ganz interessant sein, aber es sind nicht wirklich Kreaturen, auf die ich unbedingt gehen würde. Schai-Li hat auch so eine, übrigens so einen Zauber, dass sie nur ein Edelstein umwandelt in einen Elementarstern allerdings. Und Elementarsterne ist ja so, dass wenn die umgewandelt werden zu einem Dreier, also verbunden werden, dass die dann noch eine Art in vierfacher Richtung diagonal, also so einen Stern quasi, erzeugen oder zerstören, dass man da noch weiter Mana sammelt. Die ist tatsächlich viel wertvoller, als man glaubt. Also Schai-Li oder Schai-Li oder so ist gar nicht so schlecht. Brauner Sturm ist auch garantiert. Auch braun am Anfang des Zuges noch ein zusätzlicher brauner Edelstein. Also die ist vielleicht ganz gut. Ja, zu dem naturgeborenen Jäger, den ich eben kurz gezeigt habe, das ist tatsächlich eine Figur, die ich schon auf Gold gehoben habe. Dann kann man sich vorstellen, dass die vielleicht ganz gut ist. Mach ja nicht ohne Grund. Naja, was ist denn bei der gut? Erschaffe einen grünen Edelstein, wenn mein Zug beginnt? Ja. Warum ist das so gut? Naja, ihr wisst ja, dass ich ganz gerne Gildenkrieg spiele und da gibt es so viele Taktiken, die man anwenden kann oder muss, weil die Gegner in ganz oberen Brackets natürlich total überlegen sind und so. Und dafür ist der tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Der schafft nämlich auch noch Elementarsterne, wenn der Gegner eine Bestie hat. Und es gibt manche Angriffsteams, da haben die Gegner auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich Bestien drin und da kann man das ein bisschen ausbremsen mit. Also deswegen ist der unbedingt für mich gut. Aber ich glaube in normalen Brackets oder tieferen Brackets im Gildenkrieg oder so spielt der keine so große Rolle. Aber nur, dass ihr mal seht, dass jede Figur auch mal etwas hat, womit sie gut harmoniert oder wie man sie einsetzen kann. Ich werde mal kurz den Wasserspeier noch aufwerten. Aber insgesamt habt ihr schon gesehen, ich bin jetzt bisher nicht so, dass ich sage, oh hier eine super Figur oder so. Ja, das ist einfach, Nexus ist besticht nicht durch so großartige Figuren. Stufenaufstieg noch machen. Mal gucken, ob ich noch eine Figur da drin finde, wo ich sage, oh die lohnt sich aber unbedingt. Tja, die haben alle so eine gewisse Ähnlichkeit. Er schaffe einen grünen Edelstein, wenn der Zug beginnt. Er schaffe einen grünen Edelstein, wenn der Zug beginnt. Er schaffe einen roten und so. Irgendwie kann das mal gut sein, aber das ist nichts, worauf ich wirklich aufbaue, das Team. Ein paar Figuren davon spiele ich ganz gerne in der Arena. Dafür sind dann die Figuren vielleicht ganz gut. Also sowas wie der naturgeborene Wolf mit dem Fesseln, glaube ich, war das. Genau, den spiele ich ganz gerne mal in der Arena. Fesselt halt den ersten Feind und gibt ihm noch Schaden oder ich kann den ersten Feind damit fesseln. Sowas ist immer ganz gut. Sollte einer sterben, kriege ich einen Extrazug, ist auch gut. Die Eigenschaften sind in der Arena allerdings natürlich alle ausgeschaltet. Das ist auch klar. Von daher, ja, kein besonders gutes Königreich. Wie ihr seht, selbst die beiden mythischen sind nicht unbedingt viel wert. Also ich würde sagen, spart euch eure Schlüssel und gebt jetzt keine Event-Schlüssel aus. Königin Asch ist die neue Figur, die ich jetzt unbedingt haben will. Ich gebe deswegen Event-Schlüssel aus. Und gerade erzählt, solltet ihr nicht machen. Nexus ist jetzt schon aufgestiegen übrigens, durch die Figur. Und ja, ich werde mal gucken, dass ich die neue Figur bekomme. Ich fange mal mit 200 Drohnen gleich an. Da ist sie bestimmt dabei. Genau, zweimal Königin Asch. Na dann, wollen wir sie uns mal angucken. Einheiten Königin Asch. Und ich werde sie auch gleich mal aufwerten. Und zwar mache ich das einmal, dass ich zwei Stufen bezahle. Und ein Orb noch ausgebe, der weiß, der Weisheit, damit sie in die dritte Stufe aufsteigt. So habe ich zwei Edelsteine gespart. Und einen blauen Orb, das aufsteigt. Ich habe so viele. Ich gebe den jetzt einfach mal aus dafür. Dann muss ich nicht noch mehr Event-Schlüssel ausgeben. Für dieses Königreich lohnt es eben nicht. Und ja, und dann werde ich den noch hochbringen mit einem grünen großen Orb. Habe ich auch mehr als genug. Kann ich gar nicht alles ausgeben. Ja, gut. Dann wollen wir sie uns mal anschauen. Was kann die denn? Füge dem vorletzten Feind. Dem was? Dem vorletzten Feind? Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals schon im Spiel ist. Füge dem vorletzten Feind. Ich kenne dem ersten Feind und dem letzten. Dem vorletzten kenne ich nicht. Das ist interessant, Leute. Und das ist deswegen interessant, liebe Leute, weil bisher der vorletzte Platz der sicherste war. Da hat man gerne den Helden oder die Figur draufgepackt, die man schützen will. Denn, wie gesagt, Einheiten, Zauber gibt es ganz oft auf. Füge dem letzten Schaden zu oder dem ersten oder so. Die ersten Beine können auch Schädelschaden einstecken und so. Das heißt, der sicherste Platz war immer der dritte. Mit dieser Figur ist das erste Mal, soweit ich weiß, eine Figur jetzt im Spiel, die genau den dritten Platz auswählt. Interessant, interessant, interessant. Also, füge dem vorletzten Feind 51 schweren Spritschaden zu. Das bedeutet, 75% des Schadens, steht übrigens hier oben auch, wird auf den davor und den darunter noch abgegeben. Ja, und das wird noch verstärkt durch braune Edelsteine und auch braune Verbündete. Also, lass 15 braune Edelsteine sein, das ist das 30 Schaden. Verbündete von minus 2, dann kommt also 34 Schaden dazu, weil Verstärkungsrate ist mal 2, wird also verdoppelt. 34 plus, sagen wir mal, 50. Also, so roundabout 80 Schaden in etwa. Spritschaden. Naja, danach ziehe ich ihn nach vorne und dann erschaffe danach 3 Elementarsterne. Ja, und das kann natürlich super sein, wenn dadurch gerade ein Dreier ausgelöst wird, dann kriegt man das Mana. Es kann auch genau furchtbar sein, dass der Gegner diese Elementarsterne dann benutzt, um selbst mehr Mana zu sammeln. Schwierig. Müsste man sehen, wie das im Spiel sich auswirkt. Auf jeden Fall, cool finde ich, dass es mal wieder etwas Neues gibt im Spiel und zwar eine neue Idee und das ist mit dem vorletzten Feind. Das gab es bisher nicht. Also, von daher ganz interessant. Kann man vielleicht sogar gegen einen Gegner verwenden, wenn man sieht, an dritter Position versucht er seinen Held zu schützen. Ob man dann vielleicht mit der spielt. Müsste man natürlich mehrfach füllen, aber ja, ist zumindest im Kopf mal wieder ein bisschen eine neue Taktik. Finde ich super. Sowas, danach sehne ich mich regelrecht, dass in dem Spiel immer wieder andere Spielmöglichkeiten reingebracht werden und nicht einfach nur manche Einheiten einfach verdoppelt werden und einfach so reingeworfen werden. Insofern, cool. Ich schaffe einen braunen Edelstein, wenn mein Zug beginnt. Auch das ist gut, wenn man sie mit braun spielt und verstärkt ja auch den Schaden mit braunen Edelsteinen. Das passt da sehr gut. 50% reduziert der Schaden durch Schädel. Okay, weiß ich nicht. Ich würde die nicht, glaube ich, an Position einsetzen. Und gib allen Verbündeten Elementaren zwei Magie. Oh. Zwei Magie beim Kombinieren von braun. Okay, allen Verbündeten Elementaren. Ups, sie ist auch ein Elementar. Könnte auch interessant sein, zum Beispiel mit so Gobdrüffel zusammen oder Beatrix. Die erschaffen ja auch braun. Brauchen natürlich auch grün, aber die erschaffen eben auch braun und dadurch könnten die auch ein bisschen mehr Magie kriegen. Also, naja, Kopf fängt schon an zu rotieren. Finde ich interessant. Will ich haben. Na, dann habe ich sie auch. Ich habe ja schon die ausgegeben. Von daher, vielleicht lohnt sich die zu kaufen. Ja, und wenn ich jetzt in den Nexus gucke, dann sehe ich, also ist nochmal aufgestiegen. Komme ich jetzt schon auf Stärke Level 16. Cool. Mehr ist nicht drin. Hier steht noch nicht verfügbar. Dazu brauchen wir noch weitere Einheiten. Also, kauft euch, was ihr kaufen könnt. Ja, dann, wenn ihr in die Gildenansicht schaut, dann seht ihr kein Event heute oder diese Woche. Es ist ja auch keine Kampagne, aber Turm der Verdammnis. Naja, Turm der Verdammnis kennt ihr wahrscheinlich. Ihr müsst 25 Stockwerke spielen. Ihr müsst, ihr könnt auch mehr spielen, ihr könnt auch weniger spielen, aber bei 25 Stockwerken gibt es jeweils bei dem dritten Kampf hier immer eine Schmiederolle für braun. Eine braune Schmiederolle. Und damit werdet ihr Verdammnis Waffen aufrüsten können. Mit nichts anderem. Ihr braucht unbedingt Schmiederollen und die gibt es nur hier. Man kann sie sich im Shop auch kaufen. Da kann man nämlich zum Beispiel hier drei Steinschmiede-Schriftrollen kaufen in der dritten Stufe und so weiter. Es gibt eine Waffe. Die Waffe ist, füge dem letzten Feind 50 Schaden zu, verstärkt durch braun. Verstärkungsrat ist 1 zu 1. Das ist ja furchtbar. Hat man 15 braun, hat kommen 15 Schaden dazu. Ist ja, naja. Wenn ihr eine Verdammnis besitzt, und das macht er fast nie, der Gegner, füge doppelten Schaden zu. Es besteht eine 3%ige Chance pro Verhärtungslevel. Es gibt 10 Maximum. Den Feind zu töten. Also eine 30%ige Chance. Wenn die aufgerüstet ist. Die würde ich aber nicht aufrüsten, wenn ich nicht die anderen Waffen schon noch aufrüsten müsste. Sagen wir mal so. Also von daher, für mich keine überragende Waffe. Lohnt sich nicht wirklich. Aber was sich natürlich lohnt, sind hier die Schmiederollen zu kaufen. Wie gesagt, 25 gibt es dadurch, dass ihr den Boss jeweils in den Stockwerken killt. Und dann könnt ihr halt nachkaufen. Und die letzte Stufe hier mit den 3 Schmiederollen könnt ihr beliebig oft nachkaufen. Wird aber natürlich irgendwann richtig teuer. 500 Edelsteine für 3 Schmiederollen. Ich weiß nicht. Man kann sie ja ein bisschen auch in der Seelenschmiede schmieden. Dann weiß ich auch nicht. Naja, also auf jeden Fall. Hier gibt es diese Schmiederollen. Ja, und Stockwerk 25 solltet ihr machen. Wie gesagt, die Gilde hat oder jeder in eurer Gilde hat in den selben Kämpfen dieselben Belohnungen und dieselben Rollen, die da zu finden sind. Und, jo, also, das war das Symptom der Verdammten. Na, vielleicht kann ich ja noch erzählen. Ich habe ja schon mal ein Team vorbereitet, das ein typisches Schädelschahnteam ist. Zorn der Erde ist eine Waffe. Hier kann man auch Mank nehmen. Reduziert die Rüstung eines Feindes vollständig. Und gibt allen Verbündeten 2 Attacke plus die reduzierte Rüstung aufgeteilt quasi durch 3. Und das ist schon ganz gut. Wenn die erste Figur dann doch irgendwie mal sterben sollte, haben die anderen auch noch einen hohen Attackewert. Also, ja, und dann ist es rein Schädelschahnsammeln. Ich habe zwar zweimal dieselben Farben hier. Sir Quentin, Hadley und Zorn. Aber ich spiele ja natürlich mit Tränken. Also, wenn ihr in den Shop einkaufen werdet, dann könnt ihr Trank der Verzauberung ja kaufen. Trank der Explosion und so weiter. Und der erste Trank ist ja immer Pflicht bei jedem Event, egal was da kommt. Also, von daher werden die alle auf jeden Fall voll. Und, ja, das ist ein Schädelschahnen. Ich muss gucken, bei Quentin Hadley liegt Lila in Gelb zum Vierer oder Grün in Schädel, dann kann ich den machen. Bei Zorn ist Blau in Braun oder Gelb in Schädel. Hier ist es Lila in Gelb. Das heißt, wenn ich hier viel Gelb erzeuge, kann dann Zorn davon profitieren. Das passt eigentlich ganz gut. Und wenn nichts davon liegt, habe ich den Hüter der Seelen, der eine beliebige Farbe in Schädel umwandeln kann. Und das müsste ganz gut funktionieren. Vielleicht ist es ein bisschen langsam für die ersten paar Stockwerke. Aber später solltet ihr schon so ein Team nehmen. Außerdem kann ich vielleicht nur sagen, wer da noch sehr gut reinpassen könnte, wäre, ich werde mal ordnen nach Basisseltenheit, weil hier die mythischen Figuren wirklich wichtig sind. Die wilde Königin wäre gut. Die könnte ich mir vorstellen, auch da reinzupacken. Die erzeugt Schädel und Grüne mit einem grünen Sturm und gleichzeitiges Fesseln. Also eine Klasse wie Bogenschütze oder sowas. Das kann ich empfehlen. Da würde ich auch sagen, das passt sehr gut. Hochkönig Eisenbauch passt auch sehr gut. Den kann man vielleicht sogar an Position 1 setzen. Vielleicht spielt man sogar mit Fesseln. Dann ist das sicher, dass der erstmal voll wird mit Mana. Und dann sollte das auch schnell gehen. Also das wäre mein dritter Vorschlag für ein Team. Und mein vierter Vorschlag ist vielleicht, wenn ihr es schafft, relativ schnell voll zu werden. Megawor ist eine sehr gute Figur, wird die Rüstung von allen komplett erstmal wegnehmen. Damit sind die schon mal ganz viel leichter zu besiegen. Und dann passt zum Beispiel auch Mistralos mit reinzunehmen. Ja, also das wäre dann, wenn ihr mehr auf Magieschaden setzen wollt und nicht unbedingt auf Schädelschaden. Und Mistralos hat ja immer einen extra Zug. Das heißt, man gibt da den Zug nicht ab. Ist auch eine sehr gute Figur dafür. Würde auch ganz gut passen. Ja, also da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten natürlich. Jetzt habe ich euch ein Team und drei weitere Möglichkeiten, der von Teams gezeigt. Ich denke, das reicht erstmal. Wenn ihr da noch Fragen habt, dann schreibt wie immer in die Kommentare. Und dann beantworte ich das natürlich relativ zügig. Ja, das war also das Verdammnis-Event. Was haben wir noch für Events? Also Turm der Verdammnis. Die Legendäre haben wir. Das haben wir. Die Mondfete ist, glaube ich, auch soweit klar. Königreich pass auch klar. Ist auch nichts Neues bei den normalen Events. Die Woche der Nexus-Figuren, die 10% auf die Fähigkeiten erhalten. Und Elementare auch. Ja, das war es eigentlich. Dann gucken wir uns noch. Die Seelenschmiede an. Jetzt wird es spannend. Bei den Waffen gibt es Tanto der Verdammnis. Ja. Die werde ich mir jetzt ganz bestimmt für 800 Diamanten kaufen. Das mache ich sofort. Weil ich die hier für ein paar hundert Edelsteine jetzt beim Event kriege. Deswegen ist die hier auch drin. Das macht total Sinn. Natürlich nicht kaufen. Wenn ihr die haben wollt, dann natürlich aus dem Event. Okay. Was gibt es denn noch? Es gibt hier Naturas Stern. Doppelten Schaden gegen Einheiten aus dem Nexus. Ja, braucht kein Mensch. Ja. Torns Klinge. Füge einem Feind 47 Schaden zu. Verstärkt durch Grüne und Elementare. Ja. Braucht kein Mensch. Volkans Streitkolben ist immerhin eine Mischwaffe. Diesmal für Verbündete aus dem Nexus. Allerdings wird man selten ein reines Nexus Team spielen. Ihr habt ja gerade gesehen. So toll und interessant sind die Figuren da im Nexus nicht. Also deswegen würde ich sagen, braucht kein Mensch. Ozeans Wälzer braucht ihr. Holen. Sofort. Jetzt. Lasst vier Edelsteine für jeden blauen und jeden elementar Verbündeten explodieren. Das heißt also, lasst das gesamte Spielfeld explodieren. Und das ist ganz gut, dass eine Waffe, die auch blau und gelb hat, mit einem blauen Sturm zusammen oder überhaupt mal mit blauen Einheiten, da hat man in der Regel nicht so tolle Superteams immer. Dafür ist das Buch dann super. Da hat man mehr Auswahl, um so spielen zu können. Also das würde ich empfehlen unbedingt zu kaufen. 300 Diamanten passt schon. Und dann haben wir noch Christa Sende. Sense, betäube alle feiner, schaffe da Elementarsternen, braucht kein Mensch. Fluchbrecherzauberstern. Ach nee, den brauche ich nicht vorzustellen. Den gibt es immer hier zu kaufen. Eins von den Fluchbrecherwaffen, die ich einfach nicht brauche und deswegen nicht hole. Na gut, dann zu den mythischen Figuren. Wir haben die Wilde Königin, eine meiner Lieblingsfiguren. Und die ist einfach unter den Top Ten. Die habe ich auch schon ein paar Mal erklärt. Vielleicht verlinke ich das mal, das Video dazu, wie die funktioniert und wie man die spielen kann. Super gut, will ich jetzt nicht viel zu sagen. Erschafft eine Mischung aus Schädel und Grünedelsteinen. Kann lupen, kann Attacke stehlen, gibt es dem eigenen Ersten, der Ersten Einheit auch dazu. Fantastisch. Der Graue König. Wow, fantastisch. Wilde Königin und Grauer König. Na, welcher König oder Königin ist dann höher anzusiedeln? Der Graue König ist auch fantastisch. Ich spiele den in letzter Zeit nicht mehr so oft, weil es gibt auch sehr viele Figuren, die Schaden auf alle machen und so weiter. Was der kann, ist so viel. Zerstört alle Edelsteine einer gewählten Farbe. Das ist so stark, dass man eine Farbe auswählen kann. Das kriegt man zu 100% als Mana. Und alle Feinde dieser Farbe erleiden dann Waren Schaden. Und dann kriegen sie noch das Mana entzogen. Dann werden sie zum Schweigen gebracht. Das heißt, sie können auch kein neues Mana nachsammeln und kein Zauber sprechen. Und dann werden sie noch eingefroren. Das ist so unfassbar stark, der König. Allerdings ist der natürlich umso besser, je mehr Figuren dieselbe Farbe spielen. Also wenn vier Figuren braun spielen und ich gehe auf braun, dann sind die alle ausgeschaltet. Das ist natürlich fantastisch. Der nimmt die Figuren komplett raus. Wenn aber jede Figur irgendwie nur von der Farbe ein- oder zweimal vorkommt, dann wird es schwierig. Dann kann ich den nicht so gebrauchen. Und das ist vielleicht der kleine Nachteil, dass es nur gegen eine bestimmte Farbe dann gut ist. Aber gut, muss man den halt nochmal befüllen. Und das geht einigermaßen gut, wenn man die Farben hier nimmt. Zerstöre alle Edelsteine einer gewählten Farbe, die er selbst besitzt. Dann könnte er selbst dadurch wieder voll werden. Und dann nimmt man eben danach eine andere Farbe. Dann sind schon die zwei Farben ausgeschaltet. Ja, untote Verbündete kriegen Rüstung und Magie bei Kombination von vier oder mehr. Da haben wir auch zwei Magie, wie bei der heutigen Figur. Bei der legendären haben wir das hier auch drin. Also, der ist schon echt stark. Weiß ich gar nicht, wen ich mehr empfehlen würde. Ist wahrscheinlich, ob man mehr Lust hat auf Karwum und Schädelschaden. Dann wäre es mehr die wilde Königin. Wenn man mehr Lust hat auf Gegner kontrollieren, vielleicht Bord kontrollieren, ist es der graue König. Und dann Misstrau. Wow, ist das eine Seelenschmiede. Mistralos ist ja auch Top Ten. Also, fantastisch. Mistralos, habe ich schon erklärt, kriegt einen Extrazug. Fügt eine Menge Spritschaden zu. Danach mische das Spielfeld. Das heißt, es kann genau so gemischt werden, dass ihr dann einen Vierer bekommt und dann einen Extrazug. Außerdem noch Verzaubere alle Verbündeten bei Vierer. Oh, wow. Ich kann euch nicht empfehlen, eine davon nicht zu kaufen. Und als letzte Figur. Mal gucken, was da noch kommt. Ist Sagittarion. Okay, den können wir vergessen. Ausradieren. Das ist einfach Mist. Füge einem Feind wahren Schaden zu. Und eventuell stehle ihn danach 10 Magie oder 20 Leben oder Rüstung. Und alle Gelben kriegen 2 Magie. Müsste man nur mit Gelb spielen. Ein Lichtsturm, okay, passt ein bisschen, aber das ist zu wenig, der Schaden. Selbst wenn es wahrer Schaden ist und danach stehle, der wird nicht wieder voll. Okay, keine besonders so gute Figur. Aber die anderen 3, ja, ich empfehle euch alle 3 zu kaufen. Haha. Mistralos, Grauer König, Wilde Königin sind vor allen Dingen ganz unterschiedliche Figuren, die ganz anders einzusetzen sind. Und deswegen habt ihr da wirklich eine freie Auswahl, je nachdem wie ihr gerne spielt. Mehr mit Magie Schaden ist es Mistralos. Mehr mit Magie Schaden und trotzdem Gegner kontrollieren und ausschalten. Grauer König und Untot zusammen. Oder mehr auf Kavum gehen, also ganz viel Grün und Schädel erzeugen und Attacke klauen und dann mit Schädelschaden loslegen. Das ist die Wilde Königin. Toll, 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 toll. Wahnsinn, wirklich gute Seelenschmiede. Die einzelnen Events in dieser Woche, die gucken wir uns noch an. Wie immer gibt es am Dienstag Angriff aufs Territorium und das ist passend zum Nexus, der Schwellennexus. Natürlich müsste er auch hier in der Gegend liegen, weil das ja immer so passt zu dem, wie es in der oberen Welt aussieht. Wo ist denn der Schwellennexus? Ja, ein bisschen tiefer hier. Mal gucken, was man da spielen kann. Man kann die Farbe Gelb und Lila spielen, hochkönig Eisenbauch. Brauche ich auch kein anderes Team zu zeigen, das Eisenbauchteam oder eins dieser Eisenbauchteams. Das ist leicht. Am Mittwoch kommt ein Haustier-Event. Das Haustier ist ein neues Haustier. Von daher auf jeden Fall spielen. Allerdings auch nur ein kosmetisches Haustier. Das heißt, ihr kriegt da keine besseren Werte oder sowas. Also Stachel heißt es. Nun ja, dann haben wir bei der Klasse Elementarmagier. Und das ist was Besonderes, weil das ist eine der besten, vielleicht die beste Klasse im Spiel. Und die solltet ihr auf jeden Fall spielen, diese Klassenprüfung, wenn ihr den Elementarmagier noch nicht auf 100 habt. Und versuchen so viele Punkte wie möglich auszubekommen. Und vielleicht sogar Edelsteine auszugeben, um noch weiter aufzusteigen und so. Denn die dritte Eigenschaft hier, das ist das ganz Besondere an dieser Klasse. Betäube, gefriere, verbrenne und fessle einen zufälligen Feind beim Kombinieren von 4. Edelsteine, also beim Extrazug. 4 oder 5 oder so. Und das ist so gut. Gerade wenn es die erste Figur trifft, die dann gefesselt ist und auch gefroren ist. Das heißt, dass Teams, die eigentlich aufgebaut sind aufs Lupen, dass man denen die Gefährlichkeit nimmt. Weil sie eben nicht ihren Extrazug ständig wiederholen können, sondern selbst bei 4er und 5er den Zug abbrechen müssen. Und dann allerdings durch Fesseln nimmt man auch Schädelschahnteams raus. Also das ist unfassbar stark. Und außerdem kommt dann noch dazu, dass auch in den Talentbäumen richtig, richtig gute Talentbäume da drin sind. Also Stein ist einfach natürlich super gut mit einer Barriere beim Kombinieren von Braun. Man kann auch zusätzliches Braunes machen, da kriegen Standhaft ist da drin super gut. Bei Stürme hat man den braunen Sturm. Man hat den Blitzschlag auch wahnsinnig gut. Gut, Elementare noch ein Magie mehr. Wow. Dann haben wir Wasser drin und Wasser kann man untertauchen, sich selbst immun gegen Gefrieren machen. Und auch noch zusätzlich jemand selbst Gefrieren machen. Also unfassbar gut. Das ist die Klasse überhaupt des Spiels vielleicht. Von daher gebt hier unbedingt viele, viele, viele Edelsteine aus, um so schnell wie möglich diese Klasse hochzukriegen. Davon werdet ihr wahnsinnig profitieren von dieser Klasse. Okay, mal kurz noch meine Sklaven anpeitschen, mir den Tribut zu zollen. 22, naja, hab schon Besseres gehabt, aber ist ja auch nicht schlecht. Gut, dann, was haben wir denn noch? Wir haben noch in dieser Woche, was hatten wir? Donnerstag, dann kommt jetzt der Freitag und Freitag ist Invasion dran. Die Figur, die gegen die Türme besonders gut ist, die braucht ihr da drin. Das wird Ruby Tresser sein. Dann kann ich ja vielleicht mal kurz aufrufen. Ruby Tresser, genau, da steht nämlich drin. Füge einem Feind Schaden zu und dann, wenn er ein Turm ist, 3-, 4- oder 5-fachen Schaden. Je nachdem, ob ihr diese Figur hier hochgebracht habt, auf legendär oder sogar, wie ich hier, auf mythisch. Und wenn das der Fall ist, dann 5-mal Schaden. Und das gilt auch für Schädelschaden. Wenn ihr am Schluss gegen 4 Türme spielt, dann würde ich sie unbedingt an Position 1 auch setzen. Denn bei jedem 3er-Schädel ist schon mal ein Turm weg. Es sei denn, der hat sowas wie 80% Schutz vor Schädelschaden oder so. Ich glaube, da gibt es eine Figur, die hat 70% oder so. Dann vielleicht nicht, aber ansonsten unbedingt an Position 1 setzen. Ich nehme die immer 2-mal rein, Position 1 und dann Position 3 oder 4. Dann brauche ich noch einen Mana-Sammler. Und das war es eigentlich schon. Held noch dazu, fertig. Die macht das schon alleine. Also 2 von denen drin und ihr gewinnt das Ding relativ locker. Ist immer keine große Sache, Invasion, finde ich. Ist ziemlich einfach zu spielen. Und das war es dann. Achso, in der Invasion gibt es wahrscheinlich eine Waffe, die richtig, richtig gut ist. Wenn ich mich da richtig erinnere, ist es eine Waffe, die auch grün hat und einen grünen Sturm macht und alles explodieren lässt und so weiter. Also kann ich euch jetzt schon mal sagen, unbedingt diese Waffe dann kaufen, wenn das stimmt. Und die Entwickler sich da nicht noch was anderes haben einfallen lassen, kurzfristig. Ja, das war es in dieser Wochenvorschau. Ja, gestern haben wir einen tollen Stream gehabt mit einer ziemlich guten Figur, die durch die Kampagne neu ins Spiel gekommen ist. Nämlich der Drachenälteste und haben da verschiedene Teams ausprobiert, die echt gut funktionierten. Also vielleicht guckt ihr euch das auch nochmal an, falls ihr den Drachenältesten bekommen habt. Der lohnt sich durchaus mit bestimmten Teams einzusetzen. Da kann man auch durchaus schnell spielen. Und ist übrigens auch braun. Das heißt jetzt am Turm der Verdammnis, wo man ja eh nur braun verwenden kann, könnte man vielleicht sogar den auch benutzen. Ist vielleicht für die ersten paar Stockwerke gar nicht so schlecht, so eine Figur zu haben. Oder mehrere Figuren vielleicht sogar zu haben, die Schaden auf alle machen. Das war es für diesen Montag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ist ja etwas entspannter bis auf den Turm der Verdammnis. Ansonsten nicht viel zu tun. Und wir sehen uns am Sonntag zum Stream. Thema habe ich noch nicht. Mal gucken. Ihr könnt auch immer gerne Vorschläge machen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Oder so. Vergesst nicht mir zu sagen, hör mal, da würde ich ganz gern noch mehr Infos zu bekommen. Dann mache ich das auch gerne für euch. Wir sehen uns Sonntag. Bis dann. Habt eine schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.